So, wieder mal heißt es Civilization 4, Beyond the Worst, mit Japan und Nebulon. Willkommen zurück. Let's go. Schmiede ist durch. Dann bauen wir natürlich das Aquädukt. Er ist am Ziel. Der Pferd barrikaliert sich. Und weiter geht's. Auch hier ist das Colosseum baubar. Natürlich bauen wir das. So, Grundstreitkräfte haben wir. Da ein Pferdchen. Hier ein Pferdchen. Ein Arbeitsboot. Eins, zwei, drei haben wir. Mehr geht nicht. Jo, sieht so aus. Okay. Die Barbaren wollen es platt machen. Nicht mit uns. Gewachsen. Nagoya. Schön. Weiter so. Schiedler ist durch. Dann... Hm. Für die Siedlung noch ein Axtkämpfer. Wohin? Wohin? Das Papier ist blöd, ne? Oder? Eigentlich. Müsste es auch so gehen. Hier drüben sind wir komplett. Das ist klar. Hm. Also, wohin des Wegs. Hier ist klar. Da ist noch einer hin. Oder oben ja auch. Wir nehmen den hier. So. Du gehst hier rüber. Und so. So. Dann gucken. Du bist hier fertig. Die kommt da oben sehr gut allein zurecht. Du machst hier weiter. Eine Mine. Und weiter geht's. Ein Häuschen. Bitte. Und hier noch ein Bogenschütze. Für die neue Siedlung. Nee. Du bleibst... Oh. Hier machen wir jetzt durch einen Axtkämpfer. Und du kommst. Hierher. Eine Straße bauen. Eine Straße bauen. So. Hier wieder ein Colosseum. Das könnte helfen. Und das kommt hier. Du bleibst da, wo du bist. Richtig. 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 So. Nagasaki entwickelt sich da. Wie immer zuerst... ...kommt... ...das Monument. Hm. Schnell. Vor 30 Runden. Und eine Straße. Auch hier eine Straße hin. Oh. Wir sind runter auf 20% Forschung. Das ist ja... Oh. Nicht gut. Aber keine Wahl. Das wird uns ins Betrieb bringen. Auch hier ein Colosseum. So. Geht's nicht weiter. 20% ist echt zu wenig. Da haben wir auf ein Gewinn keine Chance. Eine Straße. So. Du bist durch. Das zu machen wäre wirklich blöd. Da warten wir noch ein bisschen. Wir können anfangen unsere... Färbermittel. Oh. Plantage. Dann fällig. Verdammt. Nein können wir nicht. Oh. Plantage fehlt. Oder? Vielleicht ist der Fahrrad, dass man noch bauen kann. Ups. Hier. Mächtig. Wir sind nullmächtig. Immerhin. Sitting Bull und Nebulon. Grosseum ist durch. Noch ein Schiffchen. Gegner vom Land abzuhalten. Du bist durch. Ah. Dann machst du dich ja weiter. Zack. Du bist hier durch. Hm. Zucker. 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 Ja. Plantage. Klar kann man die bauen. Mensch. Logisch. Tödig. Hab ich gewusst. Hab ich doch gewusst. So. Auch Dumausplantage. Und Dumausplantage. Bühne Straße. Hans weiter. Plantage. Hiroshima. Und. Stellung beziehen. Nagasaki. Ob die auch Hiroshima haben. Du bist durch. Dann machst du. Mach hier weiter. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr gewachsen. Jo. Gut. Hafen ist durch. Dann bitte ein Kolosseum. Ein Minie bitte. Ein Kaserne. Arbeitsboot ist gerade eben weg, ne, um den Meißraum, und ich drehe Rehme, hm, ah, hier hin, boah jetzt aber, hier in der Straße, hier in der Straße, hier in der Straße, hier, go, go, ah hier, Gnückkrieger hier, das mit dem Rauchen, klar, ne, zu wenig Land, das ist kacke. Was tun wir? Wir bauen noch einen Bogenschützen. So. Für uns eine neue Siedlung. Und du bleibst da. Dein darfst du nicht, okay? Stellung beziehen, bitte. Arbeitsboot ist durch. Dann vielleicht... Vielleicht ein Siedler. Die letzten vier Rüben. Automatik. Und Straße bauen. Und noch einen Bogenschützen. Du gehst nämlich hier hin. Hier ist noch eine Insel, sehe ich gerade. Hier ist der Siedling Bull, okay. Aber die Insel ist auch noch nicht ganz klein. Noch eine Insel. Hallo? Na, die stammen jetzt doch, oder? So, du bist durch. Stellung. Du bist hier fertig. Machst du hier weiter. So, Kollege. Und du hier. So, Bogenschütze ist auch durch. Dann nehmen wir... Noch ein Siedler. So, dieser eine Bogenschütze. Kommt... Da hin. Gute Stadt. Sein soll die neue. Sollte hier sein? Ich fürchte ja, ne? Bitte Miene. Bitte Straße. Die Stadt soll hier sein, ne? Ja. Ja. Macht Sinn. Pardon. So, du bist durch. Du gehst Richtung Nakazaki. Brauchst du Straße. Brauchst du ein Kolosseum, natürlich. Nein, natürlich. Natürlich eine Kaserne. Was denn sonst? Zitling Bull wieder vor uns. Der Erzfeind. So, plus zwölf. Du bist doch lang für einen Schritt nach vorne. Jo. 30 Prozent. Viel besser. So, du bist hier durch. Dann machst du hier weiter. Mit einem Häuschen. Verteiligst dich. Machst du bequem. Monoment ist durch. Dann... Was bringt am meisten? Vermutlich ist es tatsächlich ein Kornspeicher. Tatsächlich ein Kornspeicher. Also gut. Ich muss heute sprechen. Vor mich hin murmeln ist kein Let's Play. Sorry. Und noch müde. So, hier geht nicht viel. Aber die Straße geht immer. Hier ist es schön, oder? So, zwischen den Bergen. Puh. Wollen wir mal auf den Berg? In der Stadt? Wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. Die bleibt hier. Doch, wir wollen das. Ich bin doch gelacht. Jetzt gehen wir hin. Obwohl. Die Lücke ist schon groß, ne? Hier, eins, zwei, drei, vier Felder. Eins, zwei, drei, vier. So, deska? Fuck you. Schaffen wir nicht. Echt eine gute Frage hier. Siedler ist durch. Ich habe Bill noch ein. 6, 6, 2. Ein Schwerdkämpfer. So, du gehst mal hier hin. Und du, das ist wo du bist. Das war ein Bruder. Dann so was. Den nehmen wir jetzt auch. Himmel. Das ist doch schön. So ein Delta. So ein Fußdelta. Schöne Grafik. Gefällt mir. Wir sehen, wie es durchs. Dann noch so ein Bretner Bogenschütze. Klappelt geht noch hoch. Eine Straße bitte. Und du bleibst beim Platz. Ziehtler ist durch. Dann noch ein Bautrupp. Und hier ein Aquädukt. Und hier ein Aquädukt. Und du wirst ja hier gehen, wo du herkommst. So. Große Straße. Läuft doch. Du bist hier fertig. Du bist hier fertig. Dann machst du hier weiter. Du Plantagen-Profi. Eine Straße bitte. Auch hier erst mal eine Straße. Nur eine Straße. Das schaffst du da oben alleine. Das ist klar. Der hilft hier ein bisschen aus. Ohne Grenzen. Nein. Auch so. Da kann man sehen. Da kannst du einfach mal Stadtmauer. Jawohl. Moment, komm. Hier ein Kornspeicher. Genau. Und du brauchst hier ein Städtchen. Yokohama. Schon gehört. Monument. Natürlich. So. Du brauchst die Potage. Da oben Agstkämpfer. Braucht man ja nicht mehr. Den dem macht es vor Rebellen. Ein paar Bahnenvermeidungen. Da oben hin. Da oben hin. Die sogar Hammer gewachsen ist. Die Straße. Eins runter. So muss hier hin und schaffen. Sportkämpfer ist durch. Was brauchen wir noch? Vielleicht noch ein Schreckkämpfer. Was über Bahnen wir machen. Brauchtipp ist durch. Noch die Rehme. Du bist hier bereit. Und du gehst natürlich hier rüber. Das ist mit dem Team. Du machst hier weiter. Du bist in die Plantage. Auch hier in die Plantage. Du bleibst erstmal agieren. Wir machen wieder Verlust. Und haben doch nur 30%. Werden wir da bei 20 landen. Kassen ist durch. Dank bitte ein Kolosseum. Kolosseum macht happy. So. Auch du bist zum Ende. Ja. Da oben geht es weiter. So. Auf zu neuen Ufern. Mensch. Die Stadt könnten wir nehmen. Ich glaube hier wäre auch schön. Noch schönes, oder? Ja. Hier. Wollen wir das? Die Stadt. Dann da noch eine. Oder hier. Oder da. Also hier. Ist klar. Und dann hier. Schwere Entscheidung. Ich hab Planung. Du bist durch. Machst hier weiter. Du bist hier durch. Machst hier weiter. So. Bogenschütze ist durch. Puh. Machst hier noch die Räne. Eigentlich nichts mehr. Eigentlich nichts mehr. Jetzt kann ich schauen. noch ein Schiffchen. Das ist ein Kampfschiff. Das stellen wir erstmal hier her. Und die hier her. Du baust ein Häuschen. Tja. Jetzt wird es eng. Ich will kein Will bauen, ne? Ich möchte ja kein Will bauen. Vielleicht ein Titel auf Reserve. Bin sie beschäftigt. Auch hierher. Inversionsstreit macht. Und du gehst hier zurück. Egal. Schnell zurück. Hierher. So. So. Du bist hier durch. Machst hier durch hier weiter. Vielen Dank. Sehr schön. Stadt soll hier geboren werden, ne? Ne. Erstmal soll der hier. Erobern. Hier eine Stadt. Ja. Warum eigentlich nicht. Warum eigentlich nicht. So. 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 Moment bitte. So. Nimm sie auch Platz. Ja. Du machst hier ein bisschen Stress. Oh. Wir bauen mal ein neues Schiffchen. Und Flachtraum. Und du. Ein Brom schützen bitte. So. Wie sieht's aus? Ah. Also nicht so viel. Wart noch ein bisschen. So. Du bist durch. Auch gut. Tja. Ich würde sagen. Du bist mal da. Du bist. Was für die Ecke hier fertig. Du bleibst hier. Warbereitschaft. Groß. Wir sind. Oh. Nummer 3. Das sind wir ja. Immerhin. Wir wachsen viel. Ich will ja auch gut gemeint haben. Straßenbau kann ich schaden. Einmal dieser Ninja-Kämpfer. Und hier. Einmal bitte diesen Bauarbeiter. Und oben. So. Und dann. Hierher. Unschutz ist durch. Und dann noch ein Zitler. Natürlich. Hierher. Eine Straße bauen. Da war es gegen. Nach. Du. Aus den Straßen. Kollege. Du bist da. Sehr schön. Ich habe noch was. Und da. Dann wird Zeit vor. Geduld. Ja. Dschungel entfernen. Dann auch nicht schaden. Dann ist natürlich. Denk er zurück. So. Eine Runde. Mittelalter. Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. Schön. Das Ding wurde. Halt wieder mal Vorsprung. Mensch. Mir gefällt die Optik. Wegen der Karabelle. Und wegen der Sicht. Wasser. Wir sind Safe-Fahrer. Wir müssen uns auf Safe-Fahrer konzentrieren. Und Wasser müssen wir stark sein. Also Optik. So. Ja. Dann schon mal anfangen zu bauen. Sonst kann ich schaden. Der ist safe. Du gehst hier runter. Und was auch schon wieder für heute. Für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer japanischer Nebulon. Wir gucken. Ich de otherwise. Oder du piano. Wir gucken. Wir gucken. Wir gucken. anya. Wir gucken.